Mihoyo, warum machst du schon wieder diesen? Du kriegst jetzt keinen einzigen Cent mehr von mir. Ich schwöre, beim nächsten Banner keinen einzigen Cent. Übernächsten Banner keinen einzigen Cent. Das Geld gebe ich jetzt lieber in Fortnite aus. So ein Ding ist das. Also irgendwann ist das Schluss, Mihoyo, ne? Sehe ich so aus wie der CEO von Amazon oder von SpaceX oder von Tesla? Meine Fresse. Wie? Auf Twitter gucken? Warum denn das? Richtig, sagst du? Okay. Ah, 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 ah. Ahem. Ahem. Hmm. Ahem. Ahem. Ahem.